Herzlich Willkommen. Es freut mich, dass du die Achtbrokate Qigong üben möchtest. Bevor wir mit den Übungen beginnen, ist es wichtig, dass wir uns zunächst erden. Ich werde dich durch den Prozess der Erdung begleiten. Weitere Informationen zu den einzelnen Übungsteilen findest du in der Beschreibung unter dem Video. Stelle dich mit schulterbreitem Abstand der Füße hin, entspanne deine Knie, öffne sanft die Achseln und lege deine Zunge sanft an den Gaumen, während du deinen höchsten Scheitelpunkt nach oben ausrichtest. Sobald du dich in dieser Position sicher und ausgeglichen fühlst, schließe deine Augen und richte deine Aufmerksamkeit auf deine Füße. Spüre bewusst deine Füße auf dem Boden. Atme ruhig ein und aus, während du dich auf den Kontakt zwischen deinen Fußsohlen und der Erde konzentrierst. Stelle dir vor, als hättest du Wurzeln unter deinen Fußsohlen und spüre, wie diese Wurzeln tief in die Erde wachsen. Du kannst dir dies in Gedanken vorstellen, wie deine Wurzeln sich immer tiefer in die Erde ausbreiten. Visualisiere, wie du wie ein Baum stehst, mit einem festen Stand unten und einer leichten Aufrichtung oben. Lenke dann deine Aufmerksamkeit auf das untere Dantian, welches sich etwa unterhalb des Bauchnabels befindet und öffne sanft die Augen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020